Ticken auch Möpse zu sagen und manchmal Holz vor der Hütte. Regel 2. Es ist falsch, Franzose zu sein. Regel 3. Es ist okay, wenn man alle bösen Menschen durch einen riesen Fleischwolf dreht. Regel 4. Anwälte. Siehe, Regel 3. Es ist okay, eine Benzinschleuder zu fahren, wenn du damit Puppen aufreißt. Jeder soll seine Kollegen im Auto mitnehmen, nur ich nicht. Mein Auto ist reserviert für Stewardessen. Synchron schwimmen ist kein Sport. Schlammringkampf ist ein Sport. Das sind eure 10 Gebote. Aber L, das sind nur 9. Das sind eure 9 Gebote. Damit kann...